Das Thema Ahmad und Nona Kanal habe ich ja hier schon behandelt in einem meiner letzten Videos und jetzt hat auch KuchenTV ein Video rausgebracht, Überschrift Achmads widerlicher Rufmord an Nona Kanal. Ja, das ist auch richtig so, dass so große Influencer wie KuchenTV da jetzt auch mal reinkrätschen, denn dieser Hass gegen Frauen geht einfach gar nicht fit, wie KuchenTV immer so gerne sagt. Ich bin gespannt, was er daran so analysiert. Sein Video ist sogar 31 Minuten lang. Meine Güte, er kommt ja langsam in meine Bereiche. Aber es ist schön. Das wird, glaube ich, spannend. Wir gehen direkt rein. Da isst er, der gute Kuchen. Jo, Freunde der Hetze. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Der Meinungsblogger Ahmad ist hier dafür bekannt, falsche... Meinungsblogger. ...informationen zu verbreiten, überhaupt nicht logisch denken zu können und Sachen aus dem Zusammenhang zu reißen. Dazu haben Leute wie ich, Tobias Hoch oder auch letztens ein Alpha Cap... Dieses, ich liebe dieses Thumbnail. Wo ist es denn? Tobias Hoch oder auch... Das habe ich gebastelt. Hier, wo wir so rausgucken, dahinter. Lol. Sorry. Richtiger Boomer-Humor. Aber hier ist Kaiser. So. Bla, bla, bla. Ach, dieser Esel dazu. Auch letztens ein Alpha Kevin schon etliche Videos zugemacht. Und jetzt gibt es wieder eine neue Person, über die er wirklich unfassbaren Schwachsinn redet. Und zwar hat er jetzt schon insgesamt drei Videos über die Influencerin Nona Kanal und... Ja, drei wirklich ekelhafte Videos. ...hierer neuen Modemarke Shadesweer gemacht. Im ersten Video geht er vor allem auf zwei Punkte ein. Erstens, dass die ganzen Designs geklaut sind und dass die Qualität nicht gut ist, beziehungsweise dafür dann auch der Preis zu hoch. Und zwar, dass sie ihre Klamotten von Shein kopiert hat. So, zum Beispiel dieses Kleid, wie ihr seht, gibt es eins zu eins auch auf Shein. Ja, wir haben ja schon analysiert, dass das ein Klogen ist. Das ist halt einfach komplett was ganz anderes. Shein gibt es auch bei zehn anderen Läden, nicht nur Shein. Ja gut, also mal abgesehen davon, dass sie sich halt maximal ähnlich sehen, hat Shein alleine jetzt gerade 600.000 Kleidungsstücke online. Die sind auch nur maximal 90 Tage verfügbar und davor gab es ja auch schon neue. Also wahrscheinlich hat Shein insgesamt schon über eine Million Kleidungsstücke veröffentlicht. Du kannst das Rad in der Modemarke so gut wie gar nicht neu erfinden. Es gibt immer irgendwas, was vorher schon mal da war und wie gesagt ist das Muster ja schon ziemlich anders. Aber beim Punkt Qualität bringt er mal wieder zehn von zehn Argumente. Dann habe ich nach und bin ich runtergescrollt ins Impressum, habe gesehen auf der Shein Seite, dass das Ganze von einer Firma namens WeLoveSocialGmbH durchgeführt wird. Powered by. Also organisiert wird. Dann habe ich noch gesehen, dass diese Seite WeLoveSocialGmbH von so einem sogenannten Marian Alexander Schmidt ist. Und jetzt müsst ihr mir gut... Sogenannten, der heißt so. Das ist der Name dieses Mannes. Er ist der sogenannte... Nein, so steht er wohl in seiner Geburtsurkunde und in seinem Ausweis. In der Geburtsurkunde wahrscheinlich anders, wenn er geheiratet hat und den Namen der Frau angenommen hat. Aber im Ausweis auf jeden Fall. Gut zu hören, weil jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Nachdem ich geschaut habe, habe ich eine andere Firma entdeckt. Und zwar, die zweite Firma, die dieser Marian Schmidt heißt, ist eine sogenannte Powerfee GmbH. Diese Powerfee GmbH wird aber auch It's Merchandise GmbH genannt. Ich habe so einen Reiz, dass ich grundsätzlich, wenn Ahmad Unsinn erzählt, das hier einblende. Aber dann komme ich gar nicht mehr aus der Flatulenz heraus. It's Merchandise GmbH. Ich glaube, die meisten wissen jetzt schon, worauf es hinausläuft, aber es wird noch krasser. Okay, Shadesweer wird laut AGBs von der WeLoveSocial GmbH geleitet. Und der Leiter von dieser Firma hat auch noch andere Firmen, die unter anderem auch den Merch von Hey Moritz und von einem Fortnite-Youtuber machen. Und jetzt kommt das krasse Exposing. Das heißt, es ist relativ nah, da WeLoveSocial, die Firma von Marian Schmidt, das von Nona alles verwaltet, auch seine andere Firma, die für Merchandise da ist, die Klamotten von Nona-Kanal logischerweise macht. Ist jetzt meine Vermutung, meine Recherchen, die ich habe. Das ist halt einfach ein Merch. Sein Argument, warum die Qualität von Nona jetzt schlecht ist, ist der, dass dieser Marian schon für andere YouTuber Merch rausgebracht hat. Warum genau soll das jetzt ein Beweis dafür sein, dass die Qualität nicht gut ist? Eine Modemarke rausgebracht, die sie Shades genannt hat, hat wochenlang irgendwie gesagt, so und so, das wird so unnormal krass. Statt einfach wie jeder andere YouTuber oder jeder andere zu sagen, ey, ich habe ein Merch, hier ist mein Shirt. Nein, es ist einfach eine Modemarke. Schmidt, der die ganze Firma leitet anscheinend, produziert sie auch bei ihm. Ist es quasi ein ganz normales Fortnite-Shirt und ein Hey Moritz-Shirt, nur hinter Nonas Gesicht verpackt? Was steckt hinter all dem? Oh Junge, sein Argument ist halt wirklich, naja, das ist halt Merch, Merch hat nie eine gute Qualität, die tut einfach nur so, als wenn das eine Modemarke wäre. Achmat, warum genau sollte Merch jetzt keine gute Qualität haben? Auch Merch kann aus guten Stoffen in guter Produktion hergestellt werden. Nur weil der Typ halt auch mal was für Hey Moritz rausgebracht hat, ist das doch kein Beweis für irgendwas. Du zeigst ja beispielsweise auch nicht mal, dass die Sachen von Hey Moritz eine schlechte Qualität haben. Also komplett ohne Belege oder Beweise wird das einfach behauptet. Und dann droppt er das hier. Aber ich frage mich an der Stelle, ist die Qualität wirklich so gut, wie behauptet wird, wie gesagt wird? Weil Shein sagt genau das Gleiche. Oh Gott, je öfter ich mir diesen Schwachsinn von Achmat anschaue, desto mehr schäme ich mich dafür, dass er zur gleichen Spezies gehört. Randy Feiter, ich habe den Reiz, den Furzsaun dauernd drüber zu legen. Aber ich weiß, dass es für euch dann zu anstrengend wird. Und danke, Rotbarsch.de für den Kanzler. Das ist ein wunderbarer Moment zu empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like da zu lassen. Und vielleicht Kanalmitglied zu werden. Man darf ja wohl noch fragen. Ich lasse das mit dem Furz. Es ist so viel Unsinn, den Achmat von sich gibt in seinen Videos. Das ist wirklich wie Dauerdurchfall. Kennt ihr das, wenn man wirklich so richtig schlecht mexikanisch gegessen hat? Oder indisch? Und dann kommt man den ganzen Tag nicht vom Topf runter. Das ist ein Achmat-Video. Und vielen Dank, mit dem 86. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Und wir gehen wieder weiter in das Video rein. Bitte sehr. Weg. Und über Xi'in wurden dann Reportagen rausgebracht, dass es nicht so ist. Ja klar, also wenn Xi'in das sagt und es stimmt nicht, dann muss das bei Nona genauso sein. Nona ist nämlich zufälligerweise Xi'in. Das ist ein und dieselbe Person. Wobei Xi'in natürlich keine Person ist, aber ihr wisst, was ich meine. Vor allem feiert er sich für diese krasse Recherche, die er da angestellt hat, dann auch komplett tot. Da kann ich nichts gegen sagen. Ich wünschte, ich hätte das alles nie gefunden. Aber ich bin halt ein kranker Psycho. Wenn ich mal in irgendwas reinlese, dann lese ich weiter rein. Meistens liest er aber nicht rein, meistens tritt er in irgendetwas rein. Und danke schön, Liam, für die 300 Bits. Jetzt haben wir so noch einen Hypetrain während der Reaction. Nice. Für die, die sich bei YouTube wundern, ich nehme das immer parallel auf, wenn ich auf Twitch darauf reakte, weil das dann wirklich authentisch ist. Deswegen sollte ich auch rüberkommen zu meinem Twitch-Kanal. Ich weiß. Ja, Bro, mega krasse Leistung. Du hast in einem öffentlich einsehbaren Unternehmensverzeichnis einen Namen eingegeben, hast gesehen, was für Firmen der Typ noch hat, hast dann irgendwas rein interpretiert und das ist deine krasse Recherche gewesen. Junge, warte mal, bist du Mimi 2? Kommen wir aber noch mal ganz kurz zum Punkt, dass... Ich liebe es, wie er genau auf die gleichen Punkte auch eingeht und den gleichen Zynismus. Sarkasmus irgendwie da, also vor allem Sarkasmus reinlegt. Also, um Ahmad auszuhalten, da muss man schon entweder illegale Substanzen konsumiert haben oder extremer Zyniker sein. Shadeswear ja eigentlich nur Merch und keine Modemarke ist. Ahmad, hier würde mich tatsächlich interessieren, wo ist da für dich eigentlich der Unterschied? Merch sind meiner Meinung nach Klamotten, die mit dem Influencer in Verbindung gebracht werden. Mimi hat zum Beispiel ein T-Shirt, wo sein Charakter drauf ist. Das ist halt ganz klar mit Mimi in Verbindung zu bringen. Nona bringt Klamotten raus, die so vom Design her nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden. Sie hat eigene Schnitte, eigene Motive und nicht einfach nur irgendeinen Spruch oder einen Kopf oder... ...und alles ausverkauft. Schade. Ich hätte mir da gerne so ein Kleidchen geholt. ...sonst irgendwas von ihr drauf. Ich würde nicht sagen, dass das Merch ist, was sie veröffentlicht hat. Genauso könnte man dann sagen, dass so Firmen wie Off-White ja auch nur Merch rausbringen. Denn du feierst ja die Designs von dem Designer, der das erstellt. Und ich glaube, hier merkst du selber, dass das halt keinen Sinn macht. Betrunken kann man ihm bestimmt auch ganz gut zuhören. Das kann sein, also wenn man wirklich stark betrunken ist, kann so ein... ...so ein Ahmad-Video vielleicht helfen, um wieder Platz zu schaffen. Das gibt es ja auch bei Verbindungen, so einen sogenannten Papst. Also nicht mit P, glaube ich, mit B wird das geschrieben. Das ist so ein... Das ist so ein Prechbottich, wie so ein riesengroßes Pissoir, wo Leute ihren Magen entleeren, um weitersaufen zu können. Und vielleicht sollte man Ahmad-Videos in diesen ganzen Verbindungshäusern, schlagenden Verbindungen zustellen, damit die sich den Finger nicht in den Hals stecken müssen, sondern einfach so direkt wieder Platz schaffen können für ihre... Das nennt sich, glaube ich, Kneipe oder... Keine Ahnung. Ich war nie in einer Verbindung. Später droppt er dann auch folgendes. Hat sich jetzt herausgestellt, dass genau diese Firma auch für Nona produziert? Wo viele sich ja unklar waren, es gibt keine direkte Verbindung. Nein, ich war nie in einer Verbindung, Marcel und ich waren nicht in einer Verbindung. Ich habe auch keinen Schmiss. Das wird direkt gleich umgedreht. Oh, er war in einer Verbindung. Jetzt gibt es die direkte Verbindung. Er steht in den AGBs bei der Shade-Seite. Auch das... Das triggert mich auch, das muss ich kurz mal erwähnen. Es heißt in den AGB. Allgemeine Geschäftsbedingungen. Da ist kein S. Wer AGBs sagt, ist einfach nur dumm. Das beweist halt nicht, dass er das produziert hat. An solchen Punkten merkt man halt einfach, dass er sich mit dem ganzen Thema überhaupt nicht auskennt. Nehmen wir mal an, diese Powerfly GmbH verwaltet das Ganze. Dann heißt das noch lange nicht, dass die das auch selber produziert. Man gibt den Auftrag der Produktion an irgendein Unternehmen, was halt Produktionsstätten hat, die halt Klamotten herstellen. Wenn man gut vernetzt ist, dann hat man Produktionsstätten in Europa, in China, in Bangladesch und so weiter. Logischerweise gibt es aber auch da riesen Qualitätsunterschiede, je nachdem, mit welchem Stoff man produziert und alles was da. Ja, wobei die Marke von Nona Kanal in der Europäischen Union produziert. Ich glaube, sehr viel Portugal. ... halt noch so dazugehört. Eventuell hat die Powerfly GmbH auch eigene Produktionsstätten, aber das können wir nicht wissen und kommt auch tatsächlich nicht so oft vor. Also auch das ist halt überhaupt kein Beweis dafür, ob die Qualität jetzt gut ist oder nicht. Dann haben viele gesagt, ja gut, da hast du recht. Das ist ja jetzt anscheinend wirklich eine höchstwahrscheinlich Merchmarke. Niemand hat das gesagt, außer Menschen, die sich nicht mit den Fakten befasst haben. Also er sagt jetzt, viele haben gesagt, das ist einfach, das ist immer die Formulierung, wenn niemand so etwas gesagt hat, wird gesagt, viele haben das gesagt. Und auf seine Follower-Schaft kann man ja eh nicht zählen. Sorry, das sind halt 13, 14-Jährige, die eher auf diesem Armin-Niveau von ABK ist. Ja, also bitte, es ist halt nicht ernst zu nehmen. Das sind halt Leute, die denken nicht von 12 bis Mittag. Wie wir jetzt gesehen haben, zu 100% einfach nur ein Merch. Okay, also deswegen ist es jetzt zu 100% Merch. Achmat, eine kleine Frage an dich. Ich hatte ja mal meine Modemarke Needed. Da haben wir mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, was auch quasi den Merch für so alle Rapper in Deutschland gemacht hat. Ist es deswegen jetzt Merch gewesen? Oder war das eine normale Modemarke? Das würde mich auch interessieren, was du dazu sagst. Aber hey, vergesst folgendes nicht. Und an die Leute, die haten, hatet nicht unnötig. Wenn ihr, sag ich mal, haten wollt, dann recherchiert so wie ich. Aber es geht natürlich auch noch weiter. Angeblich ist das Ganze auch gar nicht ihre Firma. Da hat jemand geschrieben, die Tickets kosten dann wahrscheinlich 100 Euro. Und da hat sie geschrieben, normalerweise ja, hab aber wochenlang diskutiert und argumentiert, damit wir es auf 39 Euro schaffen pro Ticket. Das heißt, er entscheidet alles, er macht alles und sie ist halt nur das Gesicht. Und es werden nichts anderes sein, als ganz normale Merches. Höchstwahrscheinlich nicht mit einer super Qualität und so weiter, sondern ganz normale Merches. Merches! Okay, Marian entscheidet alles, weil sie wochenlang über den Preis diskutiert hat. Ich meine, in dem Kommentar von ihr steht ja nicht mal drin, mit wem sie überhaupt diskutiert hat. Aber es muss natürlich auf jeden Fall dieser Typ gewesen sein. Dass eventuell auch andere Leute darin involviert sind, ist natürlich für Ahmad keine Option. Es geht by the way um die Shade Show. Das war ein Live-Event, wo man sich auch Tickets kaufen konnte, wo ihre Kollektion vorgestellt worden ist. Das Ganze war halt in einer gemieteten Halle, da gab es auch Auftritte von Bowser und so weiter. Und quasi mit jedem, der da mitgemacht hat, kann man ja über den Preis verhandeln. Man kann zum Beispiel versuchen, die Miete für die Halle zu senken. Man kann versuchen, dass Bowser ein bisschen weniger Geld nimmt. Man kann auch gucken, ob man wirklich so viele Mitarbeiter braucht. Also was jetzt Tontechnik und so weiter angeht. Vielleicht braucht man auch tatsächlich weniger Technik und kann dann dadurch die Tickets billiger machen. Also wir wissen gar nicht, was da diskutiert wurde oder mit wem. Aber Ahmad behauptet einfach, dass es auf jeden Fall dieser Typ gewesen ist. Ohne Beweise oder Belege. Ebenfalls in dem Video geht er neben der Qualität ja wie gesagt auch auf den Preis ein. Und dazu sagt er folgendes. Ladies, ich bin euch ehrlich, ich werde nach der ersten Kollektion mit einem fetten Minus rausgehen und das ist mir völlig klar. Was für mich aber nicht klar geht, ist euch Dinge zu verkaufen für einen Preis, der jenseits von Gut und Böse ist, obwohl ich das eigentlich müsste. Ehrlich, sie geht nach der ersten Kollektion mit einem fetten Minus raus. Sie geht mit einem fetten Minus raus. Und das... Ja, das ist ja auch durchaus normal, wenn man investiert. Haben die auch noch geglaubt? Das haben 450.000 Menschen geliked. Das Geile ist, sein Gegenargument dazu, dass sie sagt, dass sie Minus mit der Kollektion macht, ist einfach ein Oh Mann, und alle glauben das. Ja, Ahmad, danke, tolles, tolles Argument. Das Lustige ist, dass Nona ihm sogar privat angeboten hat, dass er gerne mal vorbeikommen kann nach Köln und sich das alles angucken, also Bilanzen, wie die produzieren und so weiter. In seinem dritten Video geht er auf die Nachricht grundsätzlich auch ein, aber auf dieses Angebot komischerweise gar nicht. Wenn du wirklich beweisen möchtest, wie schlecht die Qualität ist, dass sie anscheinend damit ja so viel Geld macht, dass sie manipuliert, dass sie ihre Zuschauer belügt, dann wäre es doch das Beste, was du machen kannst, wenn du dieses Angebot annimmst, dahin fährst und dir wirklich live vor Ort anguckst, wie das denn wirklich aussieht. Ich meine, momentan behauptest du einfach irgendwelche Dinge, ohne irgendwas zu belegen oder zu beweisen, aber die geben dir wirklich die Möglichkeit, richtig tief da rein zu gucken. Warum machst du das? Vielen Dank, Socks. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Dann nicht, sondern behauptest einfach irgendwelche Dinge im Internet. Also das ist doch das Angebot, worauf du eigentlich hättest warten müssen. Ist schon ziemlich komisch, dass das bisher nicht angenommen worden ist. Bro, ich komme auch gerne mit, wir gucken uns das zusammen an und dann gehen wir noch ein Eis essen, Digga. Ist das ein Angebot oder was? Das Eis geht sogar auf mich. Viele Firmen gehen am Anfang minus, denn am Anfang muss man sich logischerweise erst mal aufbauen und Nona hat ja zu ihrer ersten Kollektion eine Riesenshow auf die Beine gestellt. Sie hat eine Halle gemietet, wo super viele Leute gewesen sind. Leute wie Bowser sind da aufgetreten und so weiter. Das kostet nun mal alles Geld und in der ersten Kollektion, da hat man normalerweise keine 50.000 Pieces oder so, sondern da startet man natürlich erst mal kleiner, um zu gucken, wie das ankommt. Dass sie Minus gemacht hat, ist halt tatsächlich sehr realistisch. Amazon, ja, ich weiß, ein schlechtes Beispiel, hat zum Beispiel erst sieben Jahre nach der Gründung grüne Zahlen geschrieben. Das hatte bei denen vielleicht noch ein paar... Grüne? Grüne Zahlen? Man sagt doch eigentlich schwarze Zahlen, oder? ...undere Gründe, aber zeigt, es ist halt vollkommen normal, dass es durchaus auch Firmen gibt, die am Anfang erst mal Minus machen. Man muss natürlich dazu sagen, dass Nona das Geld natürlich auch hat, was sie da reinbuttert. Aber trotzdem hat sie mit der Kollektion erst mal Minus gemacht. Aber man muss natürlich dazu sagen, in Zukunft will sie halt logischerweise damit Gewinn machen. Die macht das jetzt nicht, weil sie halt einfach Freude daran hat, sondern irgendwann möchte man natürlich auch halt mit Gewinn da rausgehen. Das ist übrigens auch, was viele nicht wissen, das ist sogar rechtlich Vorschrift, weil es ansonsten ganz schnell als Liebhaberei eingestuft wird und damit du mit dem Finanzamt Probleme bekommst. So ist das einfach. Man ist verpflichtet, gewinnorientiert zu handeln. Ansonsten gibt es halt ganz schnell ganz üble Probleme mit dem Finanzamt. Wahrscheinlich hätte sie die Preise der Sachen um 20, 30 Euro erhöhen müssen, damit sie da mit Null rausgeht. Und dass sie das nicht gemacht hat, sondern das Minus in Kauf nimmt, ist halt eigentlich eher was Positives, denn die Sachen hätten sich wahrscheinlich auch deutlich teurer noch so gut verkauft. In einem Statement unter seinem Video hat sie auch quasi genau das kommentiert und Ahmad hat das im dritten Video halt komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Selber ein kleines Eigentor geschossen hat und zwar sagt sie, mit den Events im Vorfeld, der Shadeshow und so weiter als Highlight, habe ich so viel Geld ausgegeben, dass ich das mit der Kollektion gar nicht mehr reinkriegen kann. Das bedeutet, sie gibt damit indirekt zu, dass sie die Preise, die so hoch sind, hauptsächlich entstanden sind wegen den ganzen Drumherum. Das heißt, es ist nicht entstanden, weil die Qualität so super gut ist, wie man ja gesehen hat, weil sie genauso ist wie bei allen anderen, sondern das Geld fließt ins Marketing. Nein. Oh Gott. Und selbst wenn, selbst wenn es ins Marketing fließen würde, schaut euch das Produkt, nehmen wir mal ein ganz anderes Produkt. Wir nehmen jetzt mal Orthomol. Orthomol ist so ein Lagerungsergänzung-Vitaminpräparat, was relativ gut ist. Es wird natürlich oral, also bei den Mund eingenommen. Das ist dann schon mal nicht so gut für die Körperaufnahme. Da wird das meiste gleich wieder ausgeschieden. Deswegen sollte man sowas intravenös beim Arzt machen. Aber damals war es glaube ich so, dass die über 80% ihres Budgets in Marketing gesteckt haben. Damit das in den Markt reingedrückt wird. Damit sie auch Ärzte anbieten und so weiter. Das ist normal. Am Anfang muss man richtig Gas geben. Es gibt einen Grundsatz bei der Betriebswirtschaft und das lautet, wer nicht wirbt, stirbt. Ja. Aber von einfachsten wirtschaftlichen Zusammenhängen hat Ahmad noch nie etwas gehört, weil er Wirtschaft von Kneipe nicht unterscheiden kann. Und auch gutes Beispiel Y-Food. Die hauen auch richtig Kohle raus für Marketing. Deswegen sind sie so erfolgreich. Bro, sie hat damit nicht zugegeben, dass die Preise indirekt wegen dem Marketing so hoch sind. Wegen des Marketings. Der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Wenn der Grund gewesen wäre, wäre sie ja nicht mit Minus rausgegangen. Dieser Punkt macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also die Preise sind absichtlich so hoch, um das Marketing zu bezahlen, aber sie ist trotzdem ins Minus gegangen. Das Geile ist natürlich auch seine Aussage, dass die Qualität ja nicht gut ist, sondern halt nur so wie bei allen anderen. Jetzt fragt man sich natürlich, woher weiß er das eigentlich? Und das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Und das Ganze frage ich mich auch ehrlich gesagt immer noch, weil im Video bringt er keinen Beweis dafür. Ja, und Bilanzen sind auch noch keine veröffentlicht und das würde er erst in zwei Jahren wissen. Er macht insgesamt drei Videos zu Nona Kanal, wo er die ganze Zeit sagt, dass die Qualität ja unglaublich schlecht ist, obwohl er noch nicht ein Kleidungsstück von ihr in der Hand hatte. Seine ganze Argumentation baut darauf auf, dass sie ja mit diesem Marian zusammenarbeitet, der Merch rausgebracht hat und deswegen kann es keine gute Qualität haben. Er selber testet die Produkte auch nicht oder so, obwohl er sich ja auch ganz locker selber was hätte bestellen können. Und im dritten Video sagt er dann das. Daraufhin sagt sie dann zu dem Preis, warum es so teuer ist, liegt daran, dass sie anscheinend in Europa unter besten Bedingungen produziert. Dafür hat sie wieder keine Belege, keine Angaben, nicht. Okay, wartet. Ahmad behauptet einfach in dem Video, ohne Beweise, dass die Qualität von Nona nicht gut ist und Nona ist jetzt in der Beweislast, das Gegenteil zu beweisen. Also ich weiß nicht, Bro. Wüsstest du nicht eigentlich erst mal beweisen, dass die Qualität nicht gut ist? Du kannst doch nicht einfach irgendwas behaupten und dann sagen, jetzt beweist du mir erst mal das Gegenteil. Vor allem bei solchen Argumenten hier. Die Firma hat super viel Transparenz. Sie haben jetzt ergänzt, made in Europe. Sie produzieren in Europa. Super viel Transparenz, super gute Qualität in Europa. Darauf vertrauen wir einfach mal. Stimmt das aber auch wirklich? Schaut man sich das zum Beispiel an? Vier Wochen Lieferzeit. Ja, braucht halt nun mal so lange in Europa. Vier Wochen Lieferzeit. Bro, die vier Wochen Lieferzeit sind kein Beweis dafür, dass das irgendwo außerhalb von Europa produziert worden ist. Logischerweise produziert man die Sachen, lagert sie dann in Deutschland und verschickt die dann halt von hier. Und manche Produkte werden On-Demand produziert, wenn man am Anfang keine großen Lagerkosten haben möchte. Das ist bei einer Klamottenmarke immer extrem schwer, einzuschätzen, wie viel von welchem Produkt weggeht und welche Kleidergröße. Du hast ja hier Kleidergröße, weiß ich nicht, 34 bis 46 wahrscheinlich, jetzt die Frauengrößen. Und davon musst du ausreichend vorrätig haben. Und du weißt nicht, welche Kleidergrößen im Schnitt deine Zuschauerinnen, das ist ja glaube ich an Frauen gerichtet vor allem, haben. Also eine Kleidermarke ist verdammt schwer. Ich glaube, nur noch Lebensmittel sind schwerer in den Markt reinzudrücken. Aufgrund der Monopole und der Marktabsprachen. Also kartellrechtlich. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber das ist mit Klamotten. Da kannst du ganz schnell, wenn du nicht Justin oder so mit einer richtig krassen Reichweite bist, kannst du dich böse auf die Fresse legen. Und dann ist das doch gut, wenn dort steht vier Wochen und die Leute sich nicht beschweren, dass das Produkt nicht morgen da ist, weil sie halt sehr verwöhnt sind durch Amazon Prime, dass es teils am Abend schon da ist. Scheißlich würde das halt bei Klamotten meistens keinen Sinn machen. Lustigerweise haben wir zum Beispiel unsere Needed Sachen auch außerhalb von Europa produzieren lassen. Und die hatten halt eine Lieferzeit von 16 Wochen. Also vier Wochen in Deutschland wären sogar, wenn sie das erst nach der Bestellung produziert, wahrscheinlich noch realistisch. Ich denke aber eher, dass die vier Wochen eine Absicherung sind. Es ist halt ein neues Unternehmen, man verkauft halt tausende Dinge am ersten Tag und logischerweise kann es da immer zu Chaos kommen, womit sich das Ganze dann halt ein bisschen verzögert. Ich habe mit Nona auch über diesen Punkt geredet und sie hat mir gesagt, dass die Sachen halt in Europa produziert werden, sich das Ganze aber ein bisschen verzögert hat. Also die Sachen kommen jetzt einfach später als gedacht und deswegen stehen da halt die vier Wochen. Übrigens, ich habe sie auch angeschrieben, aber sie hat bei mir nicht reagiert. Ich habe auch keinen Kontakt zu ihr. Schreibt ihr gerne mal unter ihrem Instagram drunter, dass zwei Videos von mir live sind. Einmal natürlich das eine Video, was am Freitag rauskam, beziehungsweise für die jetzt Zuschauer in der Stunde rauskommt. Und das Reaktionsvideo auf KuchenTV wäre mal ganz interessant, was ihre Meinung ist. Einige Sachen, wenn es schlecht läuft, erst nach der Veröffentlichung kommen und sie die ja nicht verschicken können, wenn sie die selber noch nicht haben. Und das klingt auch plausibel. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, warum die Sachen auf jeden Fall zu teuer sind. Wie viel kosten denn die Klamotten? Weil das sind ja hochqualitative Klamotten. Wie viel kosten die denn? Velvet Pants Black 50 Euro. Okay, nur für die Hose 50 Euro. Ja, das ist doch durchaus ein normaler Preis für eine Hose. Also, ich habe Jeans an, die kosten, die sind billig. Die kosten 30 Euro. Das ist die Billigmarke von Amazon. Eine Wrangler Jeans oder sowas kostet schnell mal 80 Euro. Eine Discwert kostet schnell mal 500 Euro. Was ist denn daran das Problem? 50 Euro? Mal schauen, was er da sagt. Man muss sogar noch 20 Euro Versand bezahlen. Das heißt, 70 Euro für die Hose. 70 Euro. Kalkuliert das jetzt eigentlich. Wahrscheinlich sind die Versandkosten ab einer gewissen Bestellmenge frei. Einfach mal im Kopf. 70 Euro. Und ganz kurz. Wieso kostet Versand 20 Euro? Aber egal. Jetzt können wir den Versand abziehen, weil ab 100 Euro kriegt man ja gratis Versand. Das heißt, 60 Euro und 50 Euro. Das sind 110 Euro für... Ja, und das ist ein ganz normaler Einkaufspreis für Klamotten. Ich weiß nicht, wann er sich zuletzt Klamotten gekauft hat. Wahrscheinlich kriegt er sie noch von den Eltern bezahlt. Deswegen kriegt er es nicht mit. Ein Jogginganzug. 110 Euro. Krass. Boah, 110 Euro für einen Jogginganzug. Das ist wirklich... Das ist krass. Also, wenn ich mal bei DevShop so gucke, da kosten Jogginganzüge teilweise 150 Euro. Das ist viel günstiger als 110. Also mal wirklich, das sind einfach ganz normale Preise für sowas. Das mit den 20 Euro Versand stimmt, by the way, auch nicht. Er hat sich im dritten Video auch dafür entschuldigt. Diese 20 Euro sind halt nur für Versand in die Schweiz. Das ist da halt so teuer. Finde ich halt auch lustig, dass er sich das ganze Video über darüber feiert, dass er ja so krass recherchiert hat. Aber sowas Einfaches wie die Versandkosten konnte er nicht checken. Digga, Props an dich. Aber es ist ein unvergleichlicher Jogginganzug, oder? Den man nirgends wo kriegt. Weil Nona hat das uns gesagt. Und das stimmt. Digga, was jetzt kommen wird, das wird echt ein bisschen ehrenlos. Alter, das ist wirklich hart. Überall auf Shein, wo sie ja offensichtlich geklaut hatte, wie ich in meinem Erd... Was? Der vergleicht das mit... Moment, Moment mal. Der vergleicht das mit einem... Einem billig Jogginganzug eines bekannten chinesischen Markenkopierers. Ja gut, warum soll ich mir auch das neue iPhone holen? Ich kriege auf Wish ja das gleiche für 10 Euro. Wahrscheinlich, weiß ich nicht... Mir fällt jetzt alles mögliche ein, das darf ich aber nicht sagen, weil es juristisch problematisch ist. ...ersten Video gezeigt habe, sieht man überall die gleichen Anzüge. Das ist ein ganz anderer Anzug. Das ist was ganz anderes. Gehen wir nochmal hin. Hier. Anderer Bund. Schau mal hier unten. Schau mal unten hier auf die Beine. Hier auf bei den Knöcheln. Sieht man... Oh ja, man sieht es. Ist ja komplett identisch. Ist ja... Ey, der Typ ist doch einfach... Der Typ, er lügt und lügt und lügt. Überall die gleichen Anzüge. Fast identisch mit beidem zusammen. Für 24 Euro. Für... Das ist einfach eine... Er sollte sich schämen. 27 Euro. Beide Anzüge zusammen. Bro, du kannst doch die Preise von Shein nicht mit Mona vergleichen. Also erstmal kennst du ja die Qualitätsunterschiede überhaupt nicht. Dann produziert Shein halt wirklich auf Masse, in schlechter Qualität, mit schlechten Bedingungen. Bei Shein kostet... Ja, natürlich. Man kann wunderbar vergleichen. Ich kaufe bei Shein, wo in irgendwelchen Konzentrationslager uigurische Zwangsarbeiter die Sachen vielleicht produzieren. Das liegt ja nahe, wenn es aus China kommt. Und dann sagt er, ja, aber das ist ja das gleiche wie ein in Europa unter sozialen Bedingungen produziertes Produkt. Oh gut. Kann man machen, wenn man sich blamieren möchte und zum Gespött. Ein weißes Basic-Shirt 6 Euro. Bei Adidas 28. Digga, Adidas zieht euch einfach ab. Lasst euch doch nicht so manipulieren. Aber er hat jetzt ja auch endlich den Beweis für die schlechte Qualität ihrer Sachen. Der Anzug bei Shein, der komplette Anzug ist zu 95% aus Polyester und zu 5% aus Elastan. Was ist das denn? 95% Polyester und 5% Elastan. Wer produziert denn mit sowas? Also Nona hat bestimmt ganz anderes Material verwendet, weil Nona's zwar von dem Design her von Shein kopiert, wie ich im ersten Teil... Es tut so weh, diesen Scheiß sich anhören zu müssen, was der für einen Kack da von sich gibt. Das ist wirklich... Sorry, Leute, wenn ich das so sage. Das ist einfach nur Kacke. Es ist einfach nur Rufmord und Schmutz. ...gezeigt habe, aber nicht von der Qualität. Die ist besser, weil sie hat mit ihren Fingern da drüber gestrickt. Oder gucken wir mal kurz rein. Nona's ist nämlich zu 95% aus Polyester und 5% Elastan. Der Beweis für die schlechte Qualität ist jetzt, dass sie oberflächlich aus dem gleichen Material sind. Hier muss ich etwas ausholen. Nona hat nämlich unter dem Video schon kommentiert gehabt, dass Polyester nicht gleich Polyester ist. Da gehe ich auch gleich drauf ein. Ahmad ist im dritten Video auch auf diesen Punkt eingegangen und er sagt dazu folgendes. Ihrer Zuschauer, wisst ihr, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, Polyester ist nicht gleich Polyester. Warum ist Polyester im Shades-Kleidung drin? Polyester ist zum Beispiel nicht gleich Polyester. Da gibt es auch, wie bei jedem anderen Stoff, verschiedene Stoffqualitäten. Sie wurde auch in einem zwei- oder drei-Minuten-TikTok komplett auseinandergefegt von dieser TikTokerin. Ja, das ist natürlich grundsätzlich richtig, ändert aber an den schlechten Eigenschaften. Wie peinlich er dann immer hier das Dekolleté verpixelt. Immer dieses gespielt, dass er so, er ist kein gläubiger Mensch. Dafür redet er einfach zu viel Mist. Er ist einfach Mist günstig. Dieses TikTok beweist aber lustigerweise nicht, ob Polyester jetzt für eine gute oder schlechte Qualität steht. Die geht halt nur auf diesen Umweltaspekt ein, den ich hier einfach mal außen vor lasse, weil es geht hier gerade wirklich nur darum, ob die Qualität gut ist oder nicht. Und dazu sagt er danach folgendes. Und jetzt haltet euch fest, womit sie den Preis und die Qualität noch rechtfertigt. Sie rechtfertigt den Preis und nimmt als Beispiel ein FC Bayern-Trikot. Das kannst du dir nicht ausmalen. Sie hat den Preis nicht damit gerechtfertigt, dass ein FC Bayern-Trikot 140 Euro kostet. Es geht einfach darum, dass das FC Bayern-Trikot ebenfalls aus 100% Polyester besteht. Und ja, das ist ein sehr gutes Argument. Ich selber habe etliche Bayern-Trikots zu Hause. Ekelhaft ein Bayern-Trikot. Ekelhaft. An dieser Stelle distanziere ich mich von KuchenTV. Wer ein Bayern-München-Trikot noch mehrere davon besitzt, das kann ja mal ein Fehler sein. Aber mehrere Bayern-Trikots. Tu! Hol dir mal ein Werder-Bremen-T-Shirt oder Mainz 05. Aber so etwas Bayern-München. Sorry. Komplett. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Ich will damit nicht in Verbindung gebracht werden. Selbst Schalke würde ich akzeptieren. Und damit habe ich ein Problem. Eintracht Frankfurt. Dortmund. St. Pauli. Aber nicht Bayern-München. Wenn aus München, dann 1860er. So, fertig. Sollen wir schon trotzdem weiter. Ich bin halt auch Torwart in meiner Mannschaft. Ich spiele auf Kunstrasen. Das heißt, die Trikots müssen wirklich einiges aushalten. Die Trikots reißen mich. Ja, und auch gerne ein Köln-Trikot. Dankeschön übrigens für die drei Punkte beim 5 zu 0 gegen Mainz 05. Äh, Tremi. Die gehen nicht kaputt, die verwaschen sich nicht, die verformen sich nicht oder sonst irgendwas. Es sind da auch keine Risse oder sonst irgendwas. Selbst nach Jahren haben die immer noch eine richtig gute Qualität. MCM hat zum Beispiel auch T-Shirts, die knapp 200 Euro kosten, die zu 100% aus Polyester sind. Ist die Qualität deswegen jetzt schlechter als bei SHEIN? Vielen Dank an Kiki für die 5er-Sub-Bombe. Man sieht, wir verstehen uns. Und, äh, ja. Ich muss gerade schauen. Nein, an keinen Bayern München-Fan und an keinen HSVler gegen dieser Sub. Polyester ist nur ein Überbegriff. Natürlich gibt es auch Stoffe in diesem Segment, die wirklich schlecht sind. Es gibt aber auch genauso hochwertige Stoffe. Und nur weil da zu 95% Polyester drin ist, heißt das halt nicht, dass die Qualität schlecht ist. Das ist kein Beweis dafür. Danach dann das hier zu droppen, ist halt wirklich krass. Wieder mal sagt sie irgendwas und zeigt keinerlei Beweise. Und was passiert? Sie sagen einfach, Polyester ist nicht Polyester. Und ihre Zuschauerin glauben ihr. Ich zeige jedes Mal Beweise und Belege. Nona sagt einfach, stimmt nicht. Und die Leute glauben ihr, ohne dass sie etwas nachweisen muss. Ja, und, ja, gut. Und er, warte mal, warte mal. Ahmad hat bisher keinen einzigen Beweis und keinen einzigen Beleg gebracht. Ahmad behauptet immer irgendetwas. Und dann sagt natürlich die betroffene Person, wenn er Lügen verbreitet, das stimmt einfach nicht. Dann sagt er, ja, so kann man sich nicht rausreden. Ich habe ja was gesagt. Dieser Junge ist einfach so bösartig. Und ich hoffe, ich hoffe inständig, dass Nona Kanal ihn da auf Schadensersatz verklagt. Und ich glaube, da sind einige 10.000 Euro möglich. Einfach komplett verklagen dafür. Denn das ist halt, das hat halt auch null, er behauptet auch irgendwas, er hätte journalistisch recherchiert. Er weiß noch nicht mal, wie man Journalismus schreibt. Das hat nichts mit Journalismus zu tun. Im Journalismus gibt man auch die Möglichkeit auf Gegendarstellung und befragt erstmal das Gegenüber. Das hat er nicht gemacht. Er hat sich ja gar nicht angefragt. Und ja, das ist justiziabel. Ich bin der Auffassung, dass es justiziabel ist. Wir reden hier wirklich im Zivilrechtlichen mit Sicherheit von einem Anspruch. Definitiv. Und das Krasseste an der ganzen Geschichte ist, sie steht hier in der Beweislast, nicht ich. Nein, Ahmad steht in der Beweislast, nur er. Oh, du hast überhaupt nichts nachgewiesen. Du hast einfach irgendwas behauptet, ohne Belege dafür zu haben. Du hast ja nicht mal ein Kleidungsstück von ihr in der Hand gehabt. Also du weißt halt gar nicht, wie gut oder schlecht die Qualität ist. Du behauptest das ganze Video einfach über irgendwelche Dinge, die du überhaupt nicht wissen kannst. Aber auch andere Punkte machen halt wirklich überhaupt keinen Sinn. Nona hatte vorher schon mal so eine Modemarke mit einer anderen Influencerin. Und angeblich wurde sie da jetzt mega exposed. Nona, was ist eigentlich mit deiner alten Modemarke? Ganz viele fragen sich das und Nona kommentiert dann immer. Keiner fragt sich das. Das hat er sich auch wieder zusammengelogen. Wieder bei ihrer alten Modemarke, jetzt haltet euch fest. Sie schreibt, tatsächlich war das nicht komplett meine Modemarke. Ich habe das zwar beworben, aber das war was komplett anderes. Und eins von diesen TikToks, ihre eigene Freundin hat sie einfach aus Versehen exposed. Um 16 Uhr kommt der Shop von Nona und Paola online. Are you serious right now, bro? Ja, meine lieben Freunde. Ihre eigene Freundin hat sie da exposed. Aber wenn das schon alles wäre, dann wäre ich nicht Ahmad. Da gab es aber einfach keinen Widerspruch. In dem Exposed-Foto steht doch sogar, der Shop von Nona und Paola geht online. In dem Kommentar, den Nona geschrieben hat, hat sie doch gesagt, tatsächlich war das nicht komplett meine Modemarke. Das deckt sich doch sogar. Sie hat halt vorher eine Marke mit einer anderen Person gemacht und will das jetzt alleine machen. Das sind die Tricks von Ahmad. Ahmad bringt irgendetwas und behauptet dann, dass gegenüber etwas ganz anderes hat, obwohl er es vorher noch mal zeigt. Weil die Zuschauer von ihm so dumm sind. Also muss man wirklich sagen, Ahmad-Fans sind, glaube ich, sogar noch dümmer als ABK-Anhänger. Was extrem schwer ist. Sie sind definitiv noch, noch dümmer. Wer jemand, der Achmads Videos abonniert hat und die Videos liked, gehört zu den dümmsten Menschen Deutschlands. Ganz einfach. Das kann man auch so pauschal sagen. Aber auch da gibt es wieder eine Riesenverschwörung. Denn der neue Shop läuft über genau die gleiche Adresse wie der alte. Das Merch vor zwei Jahren, wovon Nona sich versucht zu distanzieren, wofür sie vor zwei Jahren Werbung gemacht hat, wo sie ja sagt, das ist nicht ganz ihre eigene Firma. Das ist genau das gleiche wie jetzt. Also es wurde nicht nur von Shades kopiert, nicht nur euch überteuerte Preise gegeben, sondern es wurde nichts geändert. Bloß, dass Nona jetzt... Es wurde nichts kopiert. Nochmal zu wiederholen. Es wurde nichts kopiert. Es sind keine überteuerten Preise. Es ist gute Qualität. Und Ahmad lügt. Und nochmal, damit das nicht vergessen wird, damit sich das nicht verfängt. Ahmad hat in dem gesamten Video bisher nur gelogen. ...mehr Reichweite hat und das verkauft als ihre eigene Marke. Auch das beweist dann einfach gar nichts. Denn wie wir gesehen haben, läuft das ja auch wieder über diesen Mariam. Das ist wahrscheinlich ihr Management oder so. Und es ist ja klar, dass sich seine Adresse jetzt nicht jedes Jahr ändert, nur weil irgendwelche neuen Firmen gegründet werden. Das ist halt wirklich komplett normal und beweist nichts über Preis, Qualität, Manipulation oder sonst irgendwas. Also kein Plan, was er da wieder rein interpretiert. Und jetzt kommt wieder eine Modemarkt, die Shades, damit sie euch das Geld aus der Tasche ziehen. Hey, komm, dieses... Das ist Frauenhass. Jetzt mal ganz ehrlich. Wir reden hier, das macht er. Er hat dauernd ein Problem mit Frauen. Das ist ähnlich wie bei Heike. In meinen Augen ist das abgrundtiefer Frauenhass. Und zwar auf eine junge, erfolgreiche Frau. Die Betonung liegt auf erfolgreich und Frau. Das erträgt er nicht. Deswegen verpixelt er auch immer alles. Weil er allein Frauen in der Öffentlichkeit ein Problem hat. Da wird ja das Dekolleté gepixelt. Einfach ein so bösartiger Mensch. Mit einer so dummen Community. Und definitiv, das ist Neid. Das ist Neid und Hass. Neid ist 100%. Das ist einfach er, der halt... Ja, ist halt nichts. Und eine Modemarke, wie würde die von ihm denn aussehen? Kartoffelsack. Ja. Und womit kann man das gut promoten? Mit Girls Support Girls. Ihr wurdet alle verarscht. Also, die, die gekauft. Wo? Wo wurde irgendjemand verarscht? Ich warte noch auf den Punkt. Vielleicht kommt er ja noch. Jetzt geht es um angebliche Straftaten. Beim ersten Punkt. Ich feiere das mega. Und ich muss nochmal sagen. Ich bin jetzt hier. Wir sind jetzt schon bei zwei Drittel des Videos. Ich habe das nicht erwartet. Dass das so gut ist. Aber das ist ein so, so unglaublich gutes Video von KuchenTV. Ich habe mir es nicht antun können. Diese Videos von Ahmad detailliert anzusehen. Sondern habe selbst ja auch nur auf Blutalger reagiert. Weil ich, weil ich körperliche Schmerzen habe, wenn ich mir diesen Scheiß anschaue. Also, es tut wirklich weh. Und dass KuchenTV das so auseinander nimmt, ist so unglaublich wichtig. Und dafür, also das Video hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich hoffe, dass noch viele andere Influencer darauf reagieren und auf das Video verweisen. Es ist einfach unglaublich wichtig. Und er zerlegt Ahmad in seine Einzelteile. So wie ich ihn bei dem Israel-Video zerlegt habe, zerlegt er ihn jetzt hier in diesem. Und deswegen dauert das auch 31 Minuten. Ich habe mich so gewundert. Normalerweise sind die KuchenTV-Videos vielleicht so 10 oder 12 mal schon 15 Minuten. Aber hier hat er sich richtig Mühe gegeben, ihn detailliert hops zu nehmen. Was er schafft. Verspricht er sich in dem eigenen Video direkt hintereinander vier oder fünf Mal? Kommen wir zum letzten Punkt und zwar... Und natürlich, stimmt natürlich. Und passend zu Ahmad, jedes Video zu Ahmad sollte eigentlich 31 Minuten sein. Die sich Nona und Power4 GmbH, also Nonas Leute, sich strafbar gemacht haben. Unter falschen AGBs gekauft. So macht sich da nicht strafbar. Das ist maximal ein wettbewerbsrechtlicher Verstoß. Boah, ist das dumm. Somit müssten eigentlich die Käufe nicht rechtskräftig sein. Danke, das ist jetzt kostenlose Schmutzrechtsberatung. Selbst Solmecke würde ihn wahrscheinlich auslachen. Das ist einfach Unsinn. Das ist einfach Unsinn. Angebot und Angebot an am Jura erstes Semester. Nein, da unter falschen AGBs gekauft worden ist. Das heißt, ich bin kein Jurist, aber es war höchstwahrscheinlich alles nicht rechtskräftig. Genau, er ist kein Jurist und er hat auch keine Ahnung von Jura. Er ist einfach nur ein Schwätzer, der neidisch ist und noch nicht mal das Wort rechtskräftig richtig schreiben kann. Hier, ich mach das Zeigungsmonte. Das ist doch wohl eine Frechheit. Richtigmonte. Danke, Kiki. Hier. Rechtskräftig. Er kann doch nicht mal rechtskräftig richtig schreiben. Zu blödem Wort richtig zu schreiben. Rechtskräftig. Komplett lost. Ich hatte auch einen Anwalt gefragt. Niemand war sich... Er hat einen Anwalt gefragt und er hat wahrscheinlich nicht geantwortet und er hat gesagt, gehen Sie bitte weg. Wer sind Sie? Bitte gehen Sie weiter. Zu 100% sicher, aber theoretisch gesehen sind die Käufe nicht rechtskräftig. Ich hab jetzt noch mit einem anderen Anwalt geredet und der sagt sogar, dass die Käufe trotzdem rechtskräftig sind. Hä? Also du sagst... Safe. Safe hat er mit dem Anwalt von ABK geredet. Und da kann ich sagen, ich weiß gar nicht, wie er seine Zulassung gekriegt hat. Man müsste die Jura-Scheine mal überprüfen. Also ich kenne ja die Schriftsätze von dem und ich mach bessere Schriftsätze. Sein Anwalt heißt Vertrau mir, Bruder. Wenn du sagst, wegen dem falschen AGB ist es eine Straftat und die Käufe sind nicht rechtskräftig, dann weißt du es nicht genau. Dann irgendwie ist es nicht rechtskräftig, aber dann hast du einen Anwalt gefragt und es ist anscheinend doch okay. Hä? Also warum hast du das drin gelassen und das macht gar keinen Sinn? Vielleicht habt ihr gemerkt, dass wenn ihr auf die Seite geht, ihr keine Cookies akzeptieren musstet. Also ihr wisst ja, diese Anzeige, die ihr oben immer kommt mit Cookies akzeptieren. Wenn man eine bestimmte Art von Cookies benutzt, muss man die Cookies akzeptieren und so weiter. Ganz einfache Datenschutzregeln in Deutschland. Wenn du auf die Seite gegangen bist, hast du vielleicht gemerkt, dass du keine Cookies akzeptieren musstest. Warum ist das so? Weil die dich immer fragen, ob du denen zustimmen möchtest, beziehungsweise ob die deine Daten nutzen können. Das ist ein hochgradiger Verstoß. Ja, hochgradiger Verstoß. Ja, dann zeig doch an. Du bist so eine absolute Katastrophale. Schöner Alman-Anzeige. Also erstmal super cringe mit dieser bearbeiteten Stimme, die so einen auf Obercool machen möchte. Ich habe hier auch nur noch einfach mal gefragt, was da los war. Und tatsächlich ist an dem Abend, wo das gelauncht wurde, einfach das Plugin ausgefallen. Das kann bei Shopify durchaus mal passieren, wenn da hunderttausende Leute drauf kommen, dass diese Plugins ausfallen, weil da einfach so viel Traffic drauf ist. Das ist komplett normal, das kann durchaus passieren und ist halt keine Straftat. Ein Beweis dafür, dass das nicht der Grund ist, hat Ahmad natürlich nicht. Der behauptet einfach wieder irgendwelche Dinge. Außerdem benutzt die Seite Facebook Pixel. Und damit ihr besser versteht, was das ist, weil meine Erklärung wäre zu schlecht, hört euch das bitte kurz an. Die Nutzung von diesem Tool, also von Facebook Pixel, ist nicht unerlaubt oder illegal. Das ist absolut egal. Allerdings muss diese Seite nach deutschem Datenschutzrecht darauf hinweisen. Wenn du dich jetzt durch die Datenschutzbestimmungen scrollst, findest du allerdings nicht den Hinweis. Das heißt, sie haben sich höchstwahrscheinlich, höchstgradig strafbar gemacht. Nein, haben sie nicht. Mit Bußgeldern von Minimum hunderttausend Euro. So ein Unsinn. Also wirklich Bußgeldern von Minimum hunderttausend Euro. So ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn. Wenn es einen Datenschutzverstoß gibt, gibt es erstmal den Landesdatenschutzbeauftragten, der dafür zuständig ist. Und der mahnt kurz an, freundlicherweise sagt, bitte korrigiert das. Ganz einfach. Es gibt keine Strafe dafür. Und wenn, dann sind es vielleicht hundert Euro. Einfach, ich weiß nicht, höchstgradig. Allein dieses Wort gibt es. Das Wort gibt es gar nicht. Lebenslange Haft. Hinrichtung. Die eigentliche Strafe ist die Hinrichtung. Erstmal öffentlicher Pranger und dann Hinrichtung. Bußgelder von Minimum hunderttausend. Also wirklich, dafür kriegt er von mir hier das Passende, den Sound, den es für Achmat eigentlich immer gibt. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ja, also wirklich. Hier muss ich Achmat zum Teil zustimmen. Das Facebook-Pixel stand tatsächlich nicht in den AGB. Auch hier habe ich mich mit Nona auseinandergesetzt. Und sie hat mir gesagt, dass die Firma, die halt die Website gebaut hat, das war sie logischerweise nicht selber, das halt nicht gut gemacht hat. Das wurde dann im Nachhinein hinzugefügt. Das wird dann korrigiert, aber es gibt keine Strafe von hunderttausend. Man hat sich auch nochmal mit dem Unternehmen unterhalten und denen auch gesagt, dass sowas halt gar nicht klar geht. Alle Daten wurden halt, die bis dahin aufgenommen wurden, halt gelöscht und jetzt passt alles. Und wenn du wirklich davon ausgehst, dass das hochgradig strafbar gewesen ist. Er hat höchstgradig und das heißt nämlich hochgradig. Und sie jetzt ein Bußgeld in Höhe von hunderttausend Euro bekommen, dann lebst du wirklich auf einem ganz anderen Planeten. Kommen wir auch nochmal kurz zu diesem Marian Schmidt. Im dritten Video hat er nämlich auch einfach wieder was behauptet, was halt, also ich komme darauf wirklich nicht klar ist. Als ich ein bisschen recherchiert habe über diesen Marian Schmidt. Er hat nicht recherchiert. Der hatte eine Firma davor gehabt, 2018, und zwar die sogenannte Jetpack GmbH. Auf seinem Insta-Bild. Jetzt kommt bestimmt der Hinweis, die ist nämlich nicht Insolvenz gegangen. Die wurde liquidiert. Das will ich jetzt nochmal sagen. Ich habe sogar den Marian Schmidt angeschrieben, der hat aber nicht geantwortet. Schade. Ich habe da richtig recherchiert. Und ich finde keinen Hinweis auf eine Insolvenz. Ich finde wirklich keinen Hinweis auf Insolvenz. Ich finde den Hinweis auf eine Liquidierung. Und da wird ein Liquidator eingesetzt. Das passiert, wenn man Firmen nicht mehr benötigt, wird die Liquidation eingereicht. Das ist der hochseriöse Zugang, der sehr teuer ist, wenn man eine Firma liquidiert. Normalerweise gibt es ein paar Tricks, wie man sie von Amts wegen löschen kann. Wenn überhaupt nichts mehr an irgendeiner Verbindung da ist, kann man mit dem Amtsgericht das klären. Da verbraucht man aber einen relativ guten Draht und auch einen relativ guten Anwalt, der ein bisschen trickst. Aber so etwas ist halt normal. Es ist wie bei einer Scheidung. Er vergleicht das eine. Das eine ist, man wird zwangsgeschieden, indem man seine Frau umbringt. Ja, das ist dann eher die unseriöse Art und Weise. Und obwohl eine Insolvenz auch nicht per se problematisch ist, sondern das kommt vor, das ist Teil unseres Wirtschaftssystems. Bankrott ist ein Problem. Dann ist es nämlich eine problematische Insolvenz. Eine Insolvenz an sich ist auch ein seriöser Vorgang. Also das mit dem Mord wäre wahrscheinlich eher bei dem Bankrott der Vergleich. Und eine Liquidation ist eine Scheidung im beiderseitigen Interesse. Ganz koscher. Nur mal schauen, ob das auch Kuchen drauf hinweist. Hat er ein Bild gepostet mit einem Glas da drauf. Und wenn man genauer ranzoomt, sieht man, dass das von Marian Schmidt ist. Dann kam ich da drauf zu sehen, als ich das mal zufällig gesehen habe, zu recherchieren, was das von der Firma ist. Diese Jetpack GmbH wurde 2018 aufgelöst, weil ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. Marian Schmidt arbeitet anscheinend sogar so schlampig, dass seine alte Firma den Bach untergegangen ist. Er musste Insolvenz... Das hat mit Schlamping überhaupt nichts zu tun. Das kannst du auch nicht vergleichen mit einem ApoRed. Das ist einfach, er hat keine Ahnung von GmbHs. Anmelden vor kurzem quasi. Das müsst ihr euch mal aus... Was lacht ihr denn darüber? Das ist... Schau mal, dieser Typ hat null Ahnung von Wirtschaft. Null Ahnung von Unternehmen. Und macht sich darüber lustig, dass ein Unternehmen mal nicht läuft. Das ist Teil unseres Wirtschaftskreislaufs. Das ist nichts Unseriöses. Wenn jemand insolvent, wenn der Firma insolvent geht, ist das nichts Unseriöses. Das ist ganz normal. Also... Und nach meiner Kenntnis war es auch nur eine Liquidation. Was ganz anderes. Was mein... Eine Insolvenz hat nicht zwangsweise irgendwas mit schlampiger Arbeit zu tun. Er zeigt ja den Gesellschaftervertrag selber. Und da war ja mindestens noch eine andere Person mit drin. Vielleicht war die ja auch einfach schuld, dass es keinen Erfolg gegeben hat. Ja, ich kenne das selbst. Ich hatte auch letztens... Ich hatte meine letzte GmbH. Das war ein Start-up. Und da hat der andere Gesellschafter dieses Unternehmen durch Blockade gegen die Wand gefahren. Das war ein bombelaufendes, schuldenfreies Teil. Und er hatte irgendwann irgendwas... Ich weiß nicht, ist irgendwie auf den Kopf gefallen oder sowas. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Ist auch jetzt verschwunden irgendwo im Ausland. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der lebt irgendwo in Thailand oder so. Und in so einer Holzhütte. Ist wirklich Real Talk. Und dann ist das Ding halt gegen die Wand gegangen. Weil er halt 50% hatte und somit blockieren konnte. Sowas gibt es auch. Abgesehen davon kann sich die Firma auch aus vielen anderen Gründen einfach nicht rentiert haben. Vielleicht war das Geschäftsfeld doch nicht so ertragreich, wie man halt vorher dachte. Oder man hat irgendwelche anderen Kosten gehabt. Oder was weiß ich, was da vorgefallen sein kann. Diese ganzen Punkte können aber überhaupt nicht existieren. Es muss auf jeden Fall eine schlampige Arbeit gewesen sein. Deswegen hat dieser Marian Schmidt auch jetzt noch etliche Firmen, die richtig gut laufen. Weil er so schlampig arbeitet. Danke, Ahmad. Wie gesagt, hat er ja noch ein drittes Video gemacht. Und das ist eher so rechtfertigungsmäßig. Aber auch das hat er nicht wirklich gut gemacht. Ich kann euch ganz klar zeigen, sogar nachdem sie gelogen hat und die Community von ihr kam, hatte mein Video trotzdem 98% Likes. Ja. Wie? Gekauft oder so dumme Community? Das ist geisteskrank. Das sind fast 100% Likes, obwohl der Großteil, der das geschaut hat, von Nona Kanals Community ist. Das bedeutet, dieses Video war unumstößlich. Jeder hat... Das ist dumm. Das ist einfach so dumm. ...die Beweise gesehen. Und jeder, der dieses Video gesehen hat, fast jeder Einzelne war davon überzeugt, dass es so ist. Wie können es dann irgendwelche Verschwörungstheorien von mir... Und es zeigt nur, wie dumm, wie dumm seine Community ist. Und auch die Videos von Verschwörungstheoretikern haben teils 99% Likes, weil halt in Massen die Dummen das geliked haben. Die Videos von einem Attila Hildmann haben auch solche Like-Quoten gehabt. Okay, also weil das Video gut bewertet gewesen ist, ist das der ununstößliche Beweis dafür, dass deine Argumente gut gewesen sind? Ach, Mats, so nichts gegen dich, ne? Aber die Videos der AfD sind auch alle sehr, sehr gut bewertet. Hops genommen. Hops genommen. Komplett. Hier würde mich aber vor allem der Beweis interessieren, woher du wissen möchtest, dass die Zuschauer von Nona dein Video ebenfalls gefeiert haben. Woran hast du denn erkannt, dass die Zuschauer von Nona auf dein Video gekommen sind und das gefeiert haben? Also hier würde mich auch wieder ein Beweis brennend interessieren. Er selber sagt ja, dass die Community von Nona eher aus jüngeren Mädchen besteht. Die disliken vielleicht grundsätzlich Videos einfach weniger, weil die das halt gucken und dann wieder wegklicken. Also auch hier kann es viele Gründe dafür geben. Aber du bist ja auch in der Beweislast, nicht ich. Also viel Spaß dabei. Ich wette, Ahmad wird einen Kommentar zeigen, wo irgendwer geschrieben hat, ich hab Nona ja gefeiert, aber das Video hat mir die Augen geöffnet. Und dann sagen, ja seht ihr, das hab ich doch gesagt. Aber vielleicht habt ihr im Clip gesehen, dass er sich ja darüber beschwert hat, Verschwörungstheoretiker genannt zu werden. Aber warum eigentlich? Was sagst du zu den Vorwürfen von Ahmad? Frag die Zuschauerin sie ganz normal und dann schreibt Nona nachgestellt, der Mann erzählt Verschwörungstheorien über Verschwörungstheorien. Ist auch so. Sagt einfach, sie stemmt mich als Verschwörungstheoretiker ab. Nachdem ich Beweise zeige, ist so die typische Nammasche von... Er hat keine Beweise gezeigt. 0815-Sprimern und YouTubern und generell TikToker. Welche Dinge hast du denn bewiesen? Da waren keine Beweise drin. Du behauptest einfach irgendwas nach oberflächlichen Recherchen, wo du irgendwas reininterpretierst. Und ja, das kann man schon als Verschwörungstheorie bezeichnen, was du da machst. Neben diesem Vorwurf hat Nona ihm auch folgendes vorgeworfen. Dass ich ja Verleumdung betreibe. Sie weiß glaube ich nicht mal, was Verleumdung ist. Das war eigentlich Verleumdung. Also mit... Moment mal. Warum sagt der denn Verleumdung? Der weiß noch nicht mal, was Verleumdung ist. Ja, wirklich brä. Danke. Und nochmal hier zurück. Du irgendwas reininterpretierst. Und ja, das kann man schon als Verschwörungstheorie bezeichnen, was du da machst. Neben diesem Vorwurf hat Nona ihm auch folgendes vorgeworfen. Dass ich ja... Verleumdung. Da steht Verleumdung. Der weiß nicht mal, was Verleumdung ist. Verleumdung betreibe... Nichts stimmt. Die Behauptungen, die man ausstellt, sie trotzdem verbreitet. Das ist zu blöd. Verleugnung von Verleumdung zu unterscheiden und kann auch nicht mal lesen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Okay, Ahmad. Ich bin fair. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast wissentlich Lügen verbreitet und damit hast du dann auch Verleumdung begangen. Oder du bist einfach wirklich komplett dumm und denkst wirklich, dass die ganzen Punkte, die du genannt hast, so sind. Dann ist es vielleicht keine Verleumdung, weil du hast es ja nicht extra gemacht. Dann war das wirklich einfach nur pure Dummheit. Ich hoffe für dich, dass es das Erste ist. Wir können uns aber nochmal ein paar Punkte angucken, wo er meiner Meinung nach schon Verleumdung betrieben hat. Zum Beispiel hier. Genau die gleiche... Verleumdung, ach, das triggert mich. ...merches bei einem Hey Moritz, wo die Merches oft nicht ankamen. Und es geht, wie gesagt, noch nicht mal darum, ob die sich strafbar gemacht haben. Es geht darum, dass ihr verarscht worden seid. Und da, meine Freunde, wie ich euch gezeigt habe, damit kenne ich mich aus. Und da habe ich euch gezeigt, dass das zu 100% passiert ist. Er behauptet einfach, dass der Merch von Hey Moritz oft nicht ankommt. In seinen ganzen Videos hat er aber eine einzige Bewertung gezeigt, wo jemand anscheinend kein Merch bekommen hat. Was auch irgendeine Bewertung im Internet gewesen ist. Also man weiß gar nicht, ob das halt stimmt oder nicht. Ja, einmal ist auf jeden Fall super oft. Alle sind leer ausgegangen quasi. Oder sowas hier. Und warum? Weil die Firma von... Wenn alle leer ausgegangen wären, hätte es ein Strafverfahren gegeben. Wegen Betrug. ...Lona, einfach super schlampig arbeite. Nicht nur an den Klamotten, nicht nur die Klamotten nicht verschickt. Nicht nur das nicht macht, nicht nur das nicht macht. Sogar mit der eigenen Webseite. Copy-Paste macht. Du kannst nicht belegen, dass sie schlampig an den Produkten gearbeitet hat. Du kannst auch nicht beweisen, dass sie ihre Zuschauer verarscht hat. Das ist Verleumdung, Bro. Du weißt es doch gar nicht. Warum lässt Nona das zweite Video striken, wo die ganzen Beweise drin sind, obwohl es ja nur darum ging, Sachen zu zeigen, die ja Verschwörungstheorien angeblich sind und eh keiner glaubt und ernst nimmt, wie Nona gesagt hat? Hm, warum versucht sie nur Videos zu striken, wo ganz klar Lügen über sie verbreitet werden, die absolut rufschädigend sind? Nee, du, keine Ahnung, weiß er nicht. Also, ich würde solche Videos über mich ja lieben. Vor allem droht er ihr in diesem Video. Ach, ich mag das. Das ist einfach, das ist einfach wirklich, dieses Video ist wirklich, das ist, das ist eine Mischung aus Gold und Zucker. ... sogar noch. ... in diesem Video nicht nennen werde. Ich hab dir gesagt, dass ich das vielleicht unter anderem nennen werde, wenn du mein Video nicht entstrikest. Was hab ich getan? Ich hab... Mhm, das, das klingt übrigens nach einer vollendeten Nötigung. Das würde ich mal an, anstelle von Nona, würde ich das mal überprüfen. Wenn du das, dann das. Da sind wir ganz schnell im Bereich der Nötigung. Und vielleicht sollte man mal den Staatsanwalt fragen, denn Nötigung ist ein Offizialdelikt. Da wird dann, ähm, direkt ermittelt, auch ohne Antrag. Ich hab dieses Detail nicht genannt, was du mir gesagt hast, weil ich weiß, dass es in die familiäre Schiene geht. Ich hab die privaten Details, die ich noch viel mehr habe, rausgelassen. Hier sagt er ganz klar, dass er bestimmte Details rauslässt, weil das halt in Richtung ihrer Familie geht. Was ja erstmal auch cool ist. Eine Minute später sagt er dann aber folgendes. Falls das Video verschwindet, verspreche ich dir, dass ich meinen ganzen Kanal riskiere und in Part 4 alles zeigen werde. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Okay, also... Gut, das ist, ähm, das dürfte juristisch ziemlich klar sein. Ähm, gerne kommentieren mal Strafrechtler unter, unter meinem Video. Ich sehe das als vollendete Nötigung und, äh, damit, ähm, ein Fall für den Staatsanwalt. Das ist, also, muss man wirklich, ähm, muss man eigentlich mal das Video, ähm, einreichen. Könnt ihr bei jeder Staatsanwaltschaft machen, darauf hinweisen. Und da braucht auch nun der Kanal noch nicht mal einen Antrag stellen. Denn Nötigung ist ein Offizialdelikt. Das heißt, es wird, ab Kenntnis wird von Amts wegen her ermittelt. Ich, ich halte das für eine vollendete Nötigung. Richtig krass. Eine, eine junge Frau zu drohen, private Sachen zu leaken, ähm, was sie verletzen könnte oder was ihr, äh, sie beschädigt. Das ist so zum Beispiel, als ob zum Beispiel Nudes oder sowas, dass man vielleicht von irgendeinem Ex, äh, ein, 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 ein Sextape bekommen hat, dass er dann sowas droht. Und das ist schon, dafür gehört er gecancelt. Und für, ich weiß auch nicht, warum dieses Video von YouTube noch online ist, denn diese Stelle reicht aus, um mindestens einen Community-Strike zu bekommen, beziehungsweise, ähm, den Kanal löschen zu lassen. Wenn sie den Strike jetzt nicht zurücknimmt, droht er einfach damit, private Sachen zu veröffentlichen, die mit ihrer Familie zu tun haben. Ich will dich hier nur noch mal ganz kurz daran erwähnen, dass du bei der ApoRed Mimi-Sache Mimi dafür kritisiert hast, dass er private Sachen wie mit der Familie und so weiter veröffentlicht hat. Das wäre eine ziemliche Doppelmoral, wenn du jetzt das Gleiche machst, nur weil sie einen Strike nicht zurücknimmt, den du absolut verdient hast. Ja, so ist das. Und übrigens, ihr fragt, welche Staatsanwaltschaft zuständig ist. Es gibt zum einen die Zentralstelle zur Bekämpfung Internetkriminalität, das ist in Frankfurt bei der Generalstaatsanwaltschaft angesiedelt, die sind sehr, sehr kompetent. Und ansonsten, weil Ahmad, glaube ich, seinen Wohnsitz in Bremen hat, die Staatsanwaltschaft Bremen. Ja. Das Lustige ist, bei allen den Lügen, die ich euch hier zeigen konnte, sagt er im ersten Video einfach das hier. Habe ich ihr das unnormal gegönnt? Ich dachte wirklich, irgendwie hat es mich glücklich gemacht und ihr wisst, ich sage das jetzt nicht, um irgendwie gefeiert zu werden oder so. Ich wurde schon tausendmal gehatet wegen anderen Dingen. Ja, wirklich, Bro, du gönnst dir unnormal. Was kann ich abschließend dazu sagen? Nona ist mir ziemlich egal. Ich kannte sie halt nur so oberflächlich und wusste auch nicht wirklich, was sie macht. Aber zu einer Influencerin drei Videos zu machen, wo du ihr wirklich sehr krasse Dinge vorwürst, die halt einfach rufschädigend sind, geht meiner Meinung nach einfach gar nicht fit. Vor allem, wenn du nach deiner billigen oberflächlichen Recherche auch einfach überhaupt nichts beweisen kannst. Diese Videos finde ich tatsächlich noch schlimmer als die über mich letztes Jahr, wo er Videos absichtlich falschrum zusammengeschnitten hat, um zu beweisen, dass ich ja ein Nazi bin. Er behauptet einfach, dass die Qualität schlecht ist, obwohl er ja noch nie ein Kleidungsstück von ihr in der Hand hatte. Dann lügt er wirklich die ganze Zeit, droht auch damit irgendwelche familiären Angelegenheiten zu veröffentlichen, wenn der Strike nicht zurückgenommen wird und behauptet einfach Dinge, die er gar nicht belegen kann. Ich persönlich finde es eigentlich immer sehr cool, wenn es neue Meinungsblogger gibt. Aber Ahmad ist meiner Meinung nach einfach wirklich gefährlich, denn er kann überhaupt nicht logisch denken. Er bringt super gefährliche Aussagen zu allen möglichen Leuten und hat halt nie gute Argumente. Er hetzt im Endeffekt einfach nur. Und das Traurige ist, ich kann mir schon vorstellen, dass er das nicht absichtlich macht. Ich glaube, er denkt wirklich, dass das gute Punkte sind. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, ist wirklich so. Gutes Video. Wirklich sehr, sehr gutes Video von KuchenTV. Ein sehr wichtiges Video. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung drunter. Schreibt wirklich massig die Meinung drunter. Das will ich jetzt auch wissen. Like gerne. Verbreitet auch meine Reaction. Kommentiert bitte auch bei KuchenTV und lasst dann ein Like. Das Video von ihm ist herausragend gut. Er hätte vielleicht diesen Fall mit der Liquidation auch recherchieren können. Aber das sind halt so Sachen, auf die ich sofort gehe und danach recherchiere. Das hat auch ein bisschen gedauert. Ich musste Hans-Greester-Auszüge recherchieren. Und ich finde halt nirgendswo den Hinweis auf eine Insolvenz. Großartig. Also wirklich gut. Props auch an Nona-Kanal für diese mutige Selbstständigkeit. Dazu gehört eine ganze Menge Mut. In den Markt reinzugehen. Und ich hoffe, dass sie da erfolgreich ist. Denn die Produkte sehen übrigens auch sehr, sehr gut aus. Kein Hinweis auf schlechte Qualität. Und ich hoffe, dass sie mit ihren Anwälten auch dagegen vorgehen wird und vielleicht auch die Staatsanwaltschaft unterstützen wird. Denn hier in dem Fall sehe ich strafrechtlich relevantes Vorgehen durch Ahmad. Ich bin kein Jurist. Aber das ist so mein erster Eindruck. So wie ich die Definition von Nötigung kenne. Und ansonsten ist es zivilrechtlich natürlich ganz klar unzulässig. Deswegen war der Strike auch verdient. Und dass YouTube ihn vorläufig zurückgenommen hat, das müsste man auch nochmal prüfen. Ich werde da mal an die Pressestelle von YouTube mal eine Anfrage stellen. Da will ich mich jetzt auch wissen, warum man mit solchem Hass-Content so locker umgeht. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und folgt mir auch auf Twitch. Bis zum nächsten Mal.